Deshalb freuen wir uns jetzt, dass es endlich losgeht, dass wir kommenden Sonntag das erste Mal im DFB-Campus auf diesem herausragenden Platz stehen dürfen. Ich habe mit vielen Spielerinnen gesprochen, sie brennen jetzt auch schon wieder loszulegen und den Ball am Fuß zu haben. Ich traue der Mannschaft unheimlich viel zu. Wir müssen alle gesund auf den Platz kriegen. Und dann finden wir, glaube ich, wirklich diese gute Mischung aus dieser Unbekümmertheit, dieser Spielfreude. Wir wollen unsere Stärken auf den Platz bringen und wenn wir das schaffen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir ganz, ganz weit bei dieser M kommen können, dass es schwer sein wird, diese deutsche Mannschaft zu schlagen. Ja, da sind wir froh drum, dass diese Position uns keine Bauchschmerzen macht und von daher hat sich, wie ich mehrfach schon gesagt habe, an dem Status nichts geändert. Merle Frohms ist seit drei Jahren unsere Nummer eins und von daher ändert sich an diesem Status aktuell gar nichts. Die Merle hat jetzt drei Jahre lang für diese Nationalmannschaft gespielt und die Almut hat drei Jahre lang aus unterschiedlichen Gründen nicht für die Nationalmannschaft gespielt. Die Merle hat bei uns sehr, sehr gute bis herausragende Leistungen gebracht und deshalb geht die Merle als Nummer eins in dieses Turnier. Die Merle hat bei uns sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut.